Wunderbar, nach einer Menge Arbeit ist die komplette Rüstung verzaubert. Super, schauen wir mal, ob ich einen Brief bekommen habe. Ach ja, mir gefällt dieses Dorf richtig gut. Ich glaube, ich bleibe hier. Schauen wir doch mal, ob ich einen neuen Brief bekommen habe. Ja, hervorragend. JT-Top, ich habe einiges herausgefunden. Zum Beispiel, dass das Wesen ein Dämon ist. Und ich habe es geschafft, ihn in die Hölle zu locken. Also schnappt deine Ausrüstung und kommt zu mir. Ach und folgen Redstone-Fackeln, sie führen sich zu mir. Na dann, ziehen wir uns unsere neue Diamantrüstung an und machen wir uns auf den Weg. Was für ein wunderschöner Tag heute ist. Und heute entscheidet sich alles. Okay, fragt sich nur noch, wo das nächste Netherportal ist. Ich schaue am besten in dem Haus da vorne mal nach. Okay, hier unten bin ich rausgekommen. Vielleicht ist es oben. Da ist das Netherportal. Jetzt entscheidet sich alles. So, da wären wir. Sieht ein bisschen alles aus als die Hölle, in der ich im Wald war. Folgen wir am besten an diesem Weg hier. Scheines wäre der Weg ziemlich alt. Es gestaltet sich etwas schwieriger. Hier geht es rein. Mal schauen, was da drin ist. Es scheint, als würde diese Redstone-Fackeln meinen. Folgen wir Ihnen. Wer diese Festung wohl gebaut hat. Es gibt hier so viele Abzweigungen. Aber die Fackeln führen weiter geradeaus. Also folgen wir Ihnen. Hm, es geht wieder nach oben. Ein weiterer Gang. Diese Festung muss ja echt riesig sein. Wo diese anderen Wege wohl hinführen. Na endlich. Das scheint ein Ausgang zu sein. Da sind wir wohl einmal quer durch die Hölle gelaufen. Die Fackeln enden hier. Und hier geht es runter. Folgen wir mal dem Weg. Eine Abzweigung. Gehen wir nach rechts. Es scheint, als wäre die Brücke kaputt. Einmal springen. Perfekt. Da ist eine Leiter. Folgen wir hier nach oben. Gut, dass du da bist, Jodator. Aber wir müssen schnell machen. Er versucht, eine Wither zu spawnen. Haha, gegen diese Urgewalt habt ihr nichts auszurichten. Verdammt, wir müssen ihn aufhalten. Nein, du verdammtes Miststück. Und hier. Eine. eine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020